ok soweit so gut mit du kostest ja leider genau du kostest leider andere jetzt weiß ich gar nicht mehr was ich sagen wollte du kostet materialien genau das wollte ich sagen so trupp 1 überfällt da und sagen wir mal trupp 2 überfällt da wir brauchen ja auch gold noch und trupp 3 können wir noch da schicken weil das vielleicht ein fehler war trupp 2 die sind nämlich noch nicht ganz ausgerüstet gewesen deswegen helfen wir mal ein bisschen nach ja der schreckenspürst von denen war nämlich aus wie ganz ausgerüstet deswegen aber es hat geklappt sehr schön wieder pizze umwandeln gleich noch mal pizze umwandeln dann kann ich mir jetzt nämlich schon mal den taurus rufen ich brauche noch zwei punkte für das gebäude einheiten ausrüsten ja der schreckenspürst habe ich noch nicht ausgerüstet den taurus habe ich noch nicht ausgerüstet mag erste kostenlose einheit was habe ich denn gekriegt einen speer so du gehst trainieren meine truppen sind alle wieder da und ja ich denke ich verzichte wirklich auf die fallen und bau einfach die maximale fallen anzahl mit boden fallen voll verlangsamt säure fallen hauptsächlich und da haben wir den monster bau frei okay du trainierst das heißt ich kann dich upgraden dich upgraden oder so noch gar keine ausrüstung so und du auch nicht geist gott 1 noch mal los schicken jo kann ich habe ich noch die 50er material einem 50er material überfall ja ein stück weit weg aber ist egal damit kommt es gott 1 gut klar die ich jetzt gar nicht mehr brauche weil ich jetzt den monster bau schon platzieren kann so du gehst hier unten für den extraktor mal wieder auch diesmal ist es ein großer trupp sprengen wieder kommen jagen sich die luft obwohl materialen kann ich ja immer gebrauchen so du bist trainiert du wolltest essen gehen schon mal zwei kostenlose einheiten für den vierten trupp hier kann ich noch zwei hier ist voll zwei drei vier fünf sechs sieben ja oder einen punkt habe ich gut habe ich mich nicht verzählt okay welche zukunft auf die drei punkte für die billigeren gebäude verzichte reicht es mir sogar doch noch besser okay taurus machst du bequem sehr schön wir haben schon mal 50 wie viel überfälle brauche ich noch zwei ok alle fit da einen hin und da ein hin und bei dem überfall da helfen wir mal wieder mit und das hier so könnte eine art schatzhöhle sein mit den ganzen toten abenteurern weil ich ja gesagt habe ich gucke mir mal die überfallorte an auch der schwer kriegt was auf die sitze aber das wird so entgegen geheilt also kriegen wir auch mal schon mal unser gold gut kostenlose einheiten haben wir bis jetzt nur zwei gekriegt fehlen also noch drei sind unsere beiden überfälle die wir noch brauchten eine ganze stufe fehlt noch und helden zum extrahieren und töten sehr gut überfall erfolg die sie erhalten würde ich mal sagen als erstes schattig waffen frei ja gut machen wir schon mal materialien für die waffen und dann rüsten wir alle dreier schon mal mit waffen aus kann sein dass ich die jungs dann gleich wieder los schicken muss auf den überfall weil uns die materialien nicht reichen sobald die alle orangenen waffen oder goldene waffen haben nicht mehr silber und falls ich eine kostenlose einheit doppelt kriegen sollte werde ich die einfach verbritzeln ich habe ja hier oben meinen absolutions zauber so die haben alle ihre ausrüstung in druck eins schicke ich sie also gleich mal los und ich kann den trupp freischalten sehr schön so da kommt ihr dreimal rein ihr braucht doch noch gleich ein priester gott und ich brauche mir fallen so priester habe ich dann geht ihr mal trainieren es wäre eigentlich schön wenn noch einmal hier was mein dungeon entern könnte könnten damit ich ja auch noch extra ihren kann drei stück für den extraktor wenn nämlich nicht schlecht so ich schicke vorsichtshalber schon mal oder einfach aus guter erkenntnis war schon mal durch das tor und wir sind allein in diesem raum gut die ganze truppe mal essen schicken wir auch eine gute idee und euch ausrüsten ist die nächste gute idee pcw umwandeln das gleich fallen bauen so so eine verlangsamungsfalle und hier noch eine säure falle so und weil es so schön war hier noch eine säure falle gott essen essen alle die stufe drei waffen haben können haben stufe drei waffen gut jetzt wird nur das helden extra hier und was fehlt noch eine kostenlose einheit ok sollte er wegen zu kriegen sein bauten wir schon mal truppe 1 und truppe 2 zu bach und da müssen wir uns hier umsehen erkunde den in der nähe liegenden tanschen so 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 das war mies das war schon mal mies hier brennt auch alles sind das irgendwie ein weg fallen hoffe ich oder brennt die gleich wieder welche durchgehen ja die bringen gleich wieder das muss ich warten bis sich alle hochgehalten haben okay dabei das gerade so überlebt neue strategie einfach fall durchschicken und alles hinterher horten okay klingt greetings horned one i'm clint necromancer and fairly skilled finger painter i have a small favor i ask of you my father was here in sir urtat searching for an entrance to the deep and managed to get himself killed by the guardians i'm trying to track down his diary so that his life's findings won't die with him if you stumble upon it and give it back to me i'll give you this staff of skeleton control as a reward i'm sure father left some skeletons laying round with this staff in hand you have dominion over them and can call on them to help you i'll wait here for your return okay wir müssen dem nekromanten sein spielzeug finden helden im dungeon die kriegen gleich mal eine extraktor markierung mal wie hierher meine truppen dachte ich mir schon fast jetzt gehen sie darum okay weil muss man dahin hier findet ihr haben viel zu hohen aggro radius na gut moschzeit für den fall das war das werde ich nicht alleine hinkriegt wenn ich die drei held extrahiert habe kann ich noch die waffen freischalten sehr schön so 3 trop 4 mal hier gut das sieht wieder nach so einem gang aus das sieht wieder nach so einem fallen gang aus das sieht wieder nach so einem fallen gang aus einfach mal durchlaufen da ist keiner der ist nur voll mit kobold und rache geistern also bin ich in der krypter gelandet ja das sieht man anders dass der krypter bedeutet also nicht unbedingt was böses totes na doch das schon dass es voller fallen ist also freue ich mich jetzt freue ich mich für dieses teleporter spiel hier spielen aber ich muss meine truppen jetzt wieder füttern durch das ganze hin und her teleportieren nämlich sind sie doch ein bisschen ähm ja noch einen helden extrahieren waren da nicht drei stück oder ist der eine wieder verschwunden bevor ich ihn extrahieren konnte und kostenlose einheit habe ich viel zu viele mittlerweile ah doch es hat geklappt ich konnte extrahieren gut pizze umwandeln so wer braucht jetzt erstmal alles noch waffen du brauchst eine waffe und sonst ist noch keiner der level 3 also rüstungen das wird jetzt in die materialien gehen so viele mats habe ich gar nicht mal so ihr geht essen alle wir brauchten noch eine waffe in der rüstung du eigentlich kann ich gleich mal wieder umwandeln ich habe friede und beute gekriegt sehr schön so ihr beiden euch fehlen sie noch gut auch da hätte ich jetzt fast die truhe übersehen so sieht man die auch auf der planungskarte gut und jetzt habe ich nicht darauf geachtet was ich gekriegt habe ich hoffe meine ruhe ich schätze aber meine ruhe das wäre mein gold mittlerweile voll gut hier durch so da waren wieder zwerge hier sind auch wieder zwerge eine verschlossene türe und tote ingenieure ja sehr schön du bist auch eine stufe aufgestiegen und du auch also ich glaube vier trupps mit super waffen und super rüstungen sind doch besser als ähm jetzt okay hier prittet es wieder mal was das